Der Gedanke, du hast ein Team und wir haben vier Monate Zeit, die ersten beiden sind rum und unsere Kommunikationsstruktur hat bei minus 10 gestartet und ist jetzt bei einer guten 3 und er geht noch viel mehr, aber wir haben zumindest eine gute Kommunikationsstruktur, eine Hierarchie haben wir aufgebaut das grundsätzliche Rollenverständnis für die Rollen geschaffen und jetzt müssen wir den härtesten Part, vielleicht den leichtesten Part, ich weiß nicht, welcher Part das ist, ob es schwerer oder einfacher ist, wir müssen jetzt schaffen, dass die Mädels individuell besser werden. Jetzt zurück zu dem Punkt, wenn du von Anfang an ein Team nimmst und dann so, wie heißt es denn auf Deutsch? So Band-Aid-Fixes, die sind effizient, die funktionieren auch. Ich hole weiter aus, okay? Es gab ein Team vor 5 oder 6 Jahren, die sind ins ESG Gaming Haus gekommen und die wollten eine Woche Coaching mit mir haben und Bootcamp. Und weil die nämlich Finals gespielt haben, da habe ich eine Woche mit denen zusammengearbeitet, eine Woche Bootcamp gemacht und dann merkst du ja, du entwickelst dein Gefühl für ein Team und dann knallst du überall diese Fixes drauf. Diese Fixes sind nicht gut und die sind langfristig, wenn du ein Team langfristig betreust, sogar störend. Aber wenn du in einer Woche oder in zwei Wochen spielst, dann knallst du diese Dinger drauf, damit das Team funktioniert und effizient arbeiten kann. Karma zum Beispiel wäre so ein Fix, wir können jetzt sagen, Echi spielt Karma, dann knallst du es drauf und dann rennst du, bist du lockt in dieser Supportive-Karma-Rolle in der Mitte. Und dann bist du sehr schnell auch in einem Bereich, wo du lockt bist, was das Teampotential angeht. Und das will ich nicht. Ich will nicht lockt sein. Ich will aufrichtig, mit viel Mühe, Arbeit reinstecken und Elchi oder in dem Fall viele Spielerinnen besser machen, als sie vorher waren. So gut, wie es halt eben geht. Und ich will keine Fixes, ich will, dass die Spielerinnen besser werden und zwar wirklich besser werden. Und deswegen spiele ich nicht, deswegen spielen wir nicht mit Karma mit oder so. In dem Turnier zum Beispiel gestern, haben wir ja Seraphine gepickt. Seraphine war ein Fix, damit wir gewinnen können eventuell. Das war ein Fix, eine Fix-Idee, weil es ein Turnier ist. Aber ich werde nicht anfangen und sagen, Elchi spielte Seraphine und Karma. Keine Short-Term-Budges, sondern Long-Term-Gipsel. Von mir aus, wie auch immer du das nennen willst. Wir wollen ja Long-Term-Zusammenarbeiten. Und Long-Term beginnt jetzt. Grundstrukturen, Kommunikationsweis stehen, man erkennt einzelne Moves. Und jetzt müssen die individuell besser werden, um das, was ich eigentlich schon machen wollte, letzten Monat, ein bisschen nachzuholen. Weil wir haben immer noch kein gutes Gefühl dafür, wann wir für Harrod gehen können. Oder wie man Harrod Counter playt. Wie wir ein Drake-Setup haben und so. Das ist immer noch, das Grundverständnis ist dafür da, weil man ja alle Spieler liegt. Aber das alles geht immer noch besser. Es kann immer noch besser werden, immer noch professioneller werden. Und dahin möchte ich mich orientieren. Aber um zum Beispiel zu lernen, okay, Gegner geht gerade für Harrod, die haben die stärkere Comp im Early Game. Wir müssen jetzt ein Counter-Play machen. Okay, lass uns den NME-80C abfacken. Das muss halt, dieses Decision-Making muss früh sein, on-spot. Und das kannst du nur erreichen, wenn du Spieler hast, die nicht schon im Early Game so weit behind sind, dass kein Makro mehr passieren kann. Nämlich die Symptome, sondern die Unsere bekämpfen. Könnte man auch so nennen, ja. Ein bisschen ausgeholt jetzt. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, ihr wisst, mit welchem Gedankengang ich an die Sache rangehe. Und das klappt auch besser so. Zum Beispiel gerade im Gespräch mit Parra. Parra würde auch gerne diese ganzen Short-Term-Fixes nehmen. Kann ich Sijuani mehr spielen? Frag mich, welchen Champion ich spielen will? Blablabla. Alles useless. Werd besser als Spieler. Wenn einfach alle Spielerinnen besser sind, dann können wir über Identitäten sprechen. Aber schon jetzt werde ich nicht einfach sagen, du spielst nur noch Champion X. Weil du alles andere nicht kannst. Und ich will Flexibilität haben. Schon bin ich für das Team nach dem Cup. Ich werde jetzt die Zeit abwarten. Bisher macht es mir sehr viel Spaß. Aber wenn ich jetzt merke, die ziehen nicht richtig mit. Und ich habe keinen Spaß mehr dran. oder die... Ich will es, glaube ich, nicht hardcore am sportlichen Ziel festmachen. Aber eigentlich wäre es nur fair. Mir und ihnen gegenüber. Wenn ich sage, wenn ihr Top 4 erreicht, machen wir weiter. Und wenn nicht, dann nicht. Mal gucken. Du verstehst, für die Spielerinnen sind anspruchsvoll für die nächste Zeit. Ja, richtig. Das wird ultra hart. Das soll es auch werden. Die müssen sich komplett hinterfragen. Die werden richtig viel leiden auch. Die werden... Das wird richtig... Das wird die Zeit... Wenn die es richtig machen, wird die Zeit terrible für die. Und dann werden die im Best Case damit belohnt, wenn sie gewinnen. Warum soll es aber denn... Ich sage es mal so. Warum soll es denn für die Spielerinnen anders sein als für uns? Im Grunde genommen ist ja... Also... Wir haben ja etwas ab... Also man gibt ja etwas auf. Auf mich bezogen. Auf Freddy bezogen. Wir alle haben etwas aufgegeben. Jeder Typ, der Profi ist in League of Legends hat dafür Sachen aufgegeben. Die sieht man nicht als... Die habt ihr nicht gesehen. Die seht ihr nicht. Und das war okay. Aber auch die Mädels müssen bereit sein, Sachen aufzugeben und competitive zu sein und zu tryharden und ihre Zeit dafür zu opfern und auch mal an die Punkte zu gehen, wo es eventuell auch nervig ist oder wehtut oder so. Um besser zu werden. Warum sollte es für sie anders sein als für uns? Deswegen will ich dass das bei allen ankommt. Dass die Hardcore durchziehen. Weil dann kann ich auch... Dann habe ich auch Motivation auch richtig durchzuziehen. Rip Relife. Ja. Nein, wirklich. Und ich habe das gerade schon mal erwähnt. Ich würde es noch besser finden. Wenn zum Beispiel das Interesse an den Mädels erst da wäre, wenn sie gewonnen haben. Wenn die Top 4 kommen, möchte ich, dass sie die krassesten Streams haben, Millionen von Subs und die Auffangsamkeit von allen soll auf ihnen liegen. Jetzt gerade würde ich es am liebsten noch klein halten. Aber das kann ich nicht machen. Weil man es... Das kann ich rein zwischen Menschen nicht machen. Und deswegen, ja. Ich würde erst sehen, ich würde erst gerne sehen, dass sie Opfer bringen, dass sie sich Mühe geben und dann am Ende das Ziel erreichen, dann soll denen die Welt offen stehen. Das fände ich toll. Du gehst ja jetzt hier nicht nur für Social Media Streams. Das will ich, genau, das meine ich. Ich hätte es sogar... Hast du so kommuniziert? Ich kann das nicht so kommunizieren. Also, ich sage es gerade hier offen im Stream. So, wenn jetzt einer von Ihnen das hört, cool. Aber das ist quasi mein Gedanke, aber ich kann auf gar keinen Fall würde es mir im Traum einfallen, zu einem der Mädels zu gehen und zu sagen, streamt nicht, weil ich möchte erst, dass ihr sportlich Leistungen erbringt, bis ihr streamt. Das kann ich nicht machen. Ich freue mich auch ganz ehrlich zwischenmenschlich, unabhängig davon, wie ich es als Coach sehe, dafür, wenn die eine coole Zeit haben. Und wenn die am Ende das Sportziel erreichen, dann freue ich mich dafür noch immer. dann möchte ich aber vielleicht nicht mehr der Coach sein, sondern einfach nur eine Person, die sie nice findet. Nein. Mein Punkt davor, weiß ich, welchen Punkt davor, da musst du den Punkt nochmal wiederholen. Für die N.O. Brand ist ja auf Ihnen ja jetzt schon auch gut. Ja, aber es ist ja mir egal. Tatsächlich. Ich hätte auch, ich kann das nur machen, weil ich streamen kann. Wenn ich es nicht streamen könnte, könnte ich mir zum Beispiel gar nicht so viel Zeit nehmen. Wenn ich jetzt Millionär wäre, dann würde ich einfach sagen, ich mache es, aber dann machen wir alles off-stream. Aber wenn ich jetzt, ich habe halt jetzt, ich habe Lust, das zu machen, aber dafür muss ich es leider auch auf meinem Stream laufen lassen. Nicht durchgehend. Wir haben ja auch schon viel ohne Stream gemacht. Nicht viel, aber ein paar Sachen haben wir ohne Stream gemacht. Wie du es mit dem Team und Reinknie in der ETC siehst, das habe ich so kommuniziert. Noch sympathisch, noch nicht so ultra-serious, aber ich habe es schon ziemlich deutlich klar gemacht gestern nach dem Spiel. Du hast den Draft am Sonntag, sorry, wenn es schon war. Sehr gut. Kann man genauso spielen. Es gibt so, also da hat Momo recht gehabt, unser Analyst, man könnte potenziell in Redo-Perspektive Sejani austauschen gegen sowas wie Maokai oder so, aber an sich ist der Draft sehr, sehr gut. Wer darf denn für einen Owo ich habe gestern gedraftet, die anderen Drafts hat unser Analyst gemacht, den ihr auch noch kennenlernen werdet, wahrscheinlich. Guck mal hier in Hovelland oder so, das ist eine Geldfrage, Leute. Geld spielt eine große, große Rolle und jetzt gerade sind wir in einer Phase, in der E-Spot nicht mehr so gern gesehen wird. Muss man einfach sagen. Also die E-Spot-Zahlen gehen zurück, die meisten Leute gucken lieber Influencern zu und für unser NNO-Prime-Projekt ist es nicht so, als würden jetzt unheimlich viele Sponsoren sagen, jo, ich gebe euch jetzt hier mal 100 oder 200.000 in die Hand, macht was draus. Ansonsten würden wir sofort, ich kann mir sofort vorstellen, dass vielleicht jemand Bock hat, sich in die Wellendungsszene einzuarbeiten oder so. Wenn die finanziellen Mittel da wären, kann man doch alles mal machen, ist doch alles super interessant, aber dafür muss man immer Gelder haben. Und dieses Female-Team zum Beispiel könnten wir auch nicht bezahlen. So, ich würde denen gerne Geld geben, aber können wir schon jetzt nicht bezahlen. und quasi die NNO als Firma ist angebunden, wie viel Geld wir einnehmen erstmal. Denn wir haben ja, ich sehe nicht, wie wir andere Teams wirtschaften, wo erstmal rausgebrettert wird, aber wir werden keine Schulden einnehmen, wir werden keine Schulden machen. Echt, ich mache mir immer Schulden, ich bin wirtschaftlich nicht so auf der Höhe. Und wir machen ja immer Schulden, weil wir immer Geld, wir verkaufen ja nichts an euch oder wenig an euch, wir verkaufen ja quasi nur Merch. Macht ihr nicht die Firma immer Schulden, wenn wir das Geld von unseren Sponsoren kriegen? Und muss ich nicht zurückgeben, also das Geld, ja richtig. Das sind schon irgendwie Einnahmen, oder? Ja, auf jeden Fall, Geld muss herkommen und bevor nicht mehr Geld da ist, sind andere Projekte auch nicht zu machen. dann sitze ich in den Ohr gerade außer durch den Merch, Aldi und Freddy glaube ich. Freddy finanziert uns? Geil. Weil im Sommer ist schon oft ein Loch, was wir zahlen im Missport angeht. Ja, aber was ist schon mal so schlecht? Weiß ich nicht. Vielleicht sind die Zahlen noch ein bisschen scuffed durch Corona. Da war die Zahlen ja glaube ich sehr gut. Aber den Vibe, den ich so mitbekomme, ist einfach, dass E-Sports so ein bisschen schwierig wird. Aktuell. Was ist los? Den Teller will es haben? Dankeschön. Ehrenfrau, zumindest macht Teller Rüst sicherlich bei NNO Prime aus, oder? Aber was davon? Wir haben verschiedene Anteile, aber er finanziert ja nicht NNO dadurch. muss man immer mehr mit Influencern arbeiten. Das ist aber ein Trend, den ich gar nicht gut finde, eigentlich. Das Influencer, also ich sage es als Influencer, aber ist doch egal. Ich finde, es ist kein guter Trend, wenn Influencer quasi der Focus Point sind, weil ich eine Welt besser finde, oder fairer finde, in der Leistung tatsächlich mit Views belohnt wird. Wisst ihr? Also ich lebe, ich finde Leistungsgesellschaften toll. Deswegen fand ich übrigens auch die Anfänger von E-Sport toll. Ich finde den Leistungsaspekt sehr, sehr cool. Aber Leistung wird nicht mehr, also Leistung wird quasi nicht belohnt. Im Moment wird belohnt, wer sich gut darstellt und nicht wer gut ist. Das ist ein Problem. Das ist aber so ein schleichender Prozess gewesen über die Jahre hinweg. Kennen Sie Tutoro, das Zuschauer hinter dir? Ja, habe ich kennengelernt. Super Typ. Sehr, sehr, sehr netter Mensch. Oder Vieh. Ist halt auch eine Leistung. Ich finde die Leistung, ist halt auch eine Leistung, kann man sagen. Aber wenn die besten, wenn die besten, leistungsstärksten Personen auch die Meister aufgewertet hätten, wäre es schon besser. Das ist jetzt auch nur ein Meme. Ja, Leistungsstätten ist ein Meme, in Bereichen, wo du Leistung nicht messen kannst, aber du kannst ja im E-Sport direkt Leistung messen, weißt du? Und deswegen finde ich den Schritt nicht so cool in diese Influencer-Richtung. Auch wenn ich ja auch nur noch Influencer bin. Aber ihr versteht, glaube ich, ihr Grundgedanken. Hoffe ich zumindest. Nein. Ja, gut. Freunde, ich glaube, ich stehe euch weiter. Wie gesagt, gleich mein kleines Gespräch mit Miela und dem jungen Mann, der das Gespräch führen wird. Und ich stehe euch mal rüber zu dem jungen Mann, bei dem ich zu Gast sein durfte am Samstag. War sehr cool. Bei Densen. Da stehe ich euch rüber, macht dann mal Stimmung ruhig, macht dann mal gute Laune. Sehr, 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 sehr korrekter Typ. Typ. Lass es dir jetzt nur gut, wenn alle die gleichen Berufsvoraussetzungen haben, was momentan nicht der Fall ist. Bis später. Wir karsten später noch wie nein. mit Toni Tunsen zusammen. Das wird auch super.